Herzlich Willkommen in Lill. Lille ist die Hauptstadt der Region Odefrance im Norden Frankreichs nahe der Grenze zu Belgien. Einst war sie ein wichtiges Handelszentrum von Französisch-Flandern, das sich heute zu einem Kulturzentrum und einer lebhaften Universitätsstadt gewandelt hat. Kennzeichnend für die historische Altstadt sind die steinernen Bürgerhäuser aus dem 17. Jahrhundert und die gepflasterten Fußgängerzonen. Die Grand Place liegt mit ihrem schönen Brunnen im Herzen von Lill. Musik 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 Die Kirche von St. Maurice ist eine der bekanntesten Kirchen in Lill. Bei einem Spaziergang durch Lill sind heute noch viele flämische Einflüsse sichtbar. Musik Wir würden uns freuen, wenn euch unser Rundgang gefallen hat und ihr diesen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020